herzliche grüße von der documenta am friedrichsplatz ja auch das ist kunst habe ich doch einen puppenspieler getroffen aus schiele und mit dieser holzpuppe der habe ich den namen gegeben der dieses bild malt also ich war so begeistert und das wollte ich euch einfach mal zeigen auch dass das kunst ganz liebe grüße von der documenta 15 kommt nach kassel so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.